Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! So, auf geht's im ersten Fall. Baaah! Hey, diep! Jemand muss ihn aufhalten! Ja, je ne sais pas trop quoi en penser. S'il le faut! Nous rindrons! Allez! Nous sommes tous égaux, mes frères. Il ne saurait y avoir de privil... Chut! Chut! Oh! Je n'avais pas le droit de... Plus nous devons attendre, plus le sang coulera! Chut! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 jetzt ist der schlüssel die 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 Misserische Tod in den Korridoren der Macht ein Schuss der Finanzsektor, die Funktion erscheint... Schuss, 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 schuss... Schuss, schuss... Schuss, schuss... Wir hörten einen Schuss. Dann liefen wir hinaus, um zu sehen, was passiert war. Ich glaube, es war der rote Geist. Vor ein paar Nächten habe ich den Geist selbst gesehen. Ich bog um die Ecke und sah ihn durch diese Tür verschwinden. Ganz in Rot und mit einem furchterregenden Ausdruck. Mein Name ist Le Gall, Berater des Finanzdirektors Bodouan. Er hatte sich seit gestern in seiner Amtsstube eingesperrt. Seit einigen Wochen war er sehr aufgeregt. Traurig, dass es so enden musste. Ich habe tatsächlich viele unheimliche Geräusche gehört. Und sogar wie der Geist sprach. Durch diese Tür. Boudoir war allein im Zimmer. Und der Geist sprach mit grauenhaftem Akzent. Und das hörte ich mehrmals. Die Legende muss wahr sein. Vor langer Zeit wurde hier ein Mörder aus Bayern hingerichtet. Sein roter Geist spukt seither durch diesen Palast. Habt ihr das Bild gesehen? Gestern tauchte es plötzlich auf. Aus dem Nichts. Untertitelung. Das war's für heute. 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 Mein Mann kann. Das war's für heute. 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 Mein Name ist Lugal. Berater des Finanzdirektors Bodouan. Er hatte sich seit gestern in seiner... Er war schwach. Als Finanzdirektor eigne ich mich tausendmal mehr. Es geschah zum Wohle des Landes. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es nicht doch der Geist war. Aber irgendjemand muss ja bestraft werden. Nehmt, was euch beliebt. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020